Was ist die Geschichte von Heimat 3? Und Sie müssen mir doch sagen, ich hätte eine große Ähnlichkeit physiologisch mit Ihrem Chef, der nämlich der Chefdoktor von dieser Klinik war und der heißt auch Reiz in Brasilien. Und da fragte sie mich, ob da eine Beziehung besteht und das war natürlich für mich ein Grund, diesem Thema nachzugehen. Interessant war, sie schickte mir kurze Zeit später mit dem Grüß des Arztes ein Buch. 500 Seiten, das nichts anderes ist als die Genealogie einer Familie, des Familiennamens Heiz in Brasilien. Also es gibt da Tausende, die so heißen, aber das ist nicht der einzige deutsche Name. Im Süden Brasiliens gibt es so viele abkömmliche deutsche Auswanderer. Aber vielleicht kennen Sie als Italiener dasselbe Probleme in Argentinien. Es sind ja so viele Menschen nach Argentinien ausgewandert und auch dort findet man italienische Namen, wohin man blieb. Also auch das ist natürlich eine Hintergrundgeschichte. Und wenn wir einen Film machen über das Leben der Reichen und Mächtigen, finden wir die Zeugnisse ihres Lebens überall. Weil die Schlösser und Paläste sind erhalten und die Filmteams filmen ja überall in diese wunderbaren Locations. Wenn wir über das Leben der armen Menschen erzählen wollen, dann finden wir nichts. Denn sie haben nichts hinterlassen. Und meist war es ja so, dass sie bereits in der nächsten Generation ihre Häuser abgerissen haben und ihre Gebrauchsgegenstände erneuert. Denn es ist ja ganz klar, wenn man arm ist, hat man nichts zu vererben, auch an seiner eigenen Zukunft nicht. Und dieser Verlust aller Dinge, die wir in die Hand nehmen, war ein großes Thema für mich geworden. Denn wer sagt uns, ob wir heute reich sind oder arm? Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass die nächste Generation eigentlich nur Müll findet von uns. Kaum etwas können wir unseren Kindern vererben. Kein iPhone, kein Computer, nichts von den begehenden, heißbegehenden Gegenständen unserer Zeit. Und da sagen wir, das sei unsere Freiheit, alles dieses zu besitzen. Es gibt offensichtlich doch noch eine andere Frage. Und diese Frage schwebt doch mit in unseren Filmen. Das ist natürlich die meistgestellte Frage meines Lebens. Wenn man seit 30 Jahren Filme macht, die immer das Wort Heimat im Titel führen, dann wird man gefragt, was ist das eigentlich? Das Wort kann man ja auch nicht in alle Sprachen der Welt übersetzen. Es ist ein sehr deutsches, sehr typisch deutsches Wort. In diesem Wort schwebt auch etwas von diesem deutschen Romantizismus. Auch dem Literarischen mit, und es ist auch in diesem Wort immer eine Melancholie enthalten, ein Element des Verlustes. Für mich ist es ein politischer Gegenstand. Weil das, was Heimat im ganz konkreten politischen, gesellschaftlichen Sinne bedeutet, ist etwas völlig anderes. Das ist etwas, was wir in der Regel in unserem Leben auch hinter uns lassen. Denn in dem Maße, wie wir uns entfalten, individuell, persönlich, verlassen wir die Heimat. Es ist die Welt der Kindheit. Es ist die Welt der geschichtlichen Traditionen, die in jeder Familie unbewusst weitergereicht werden. Diese Welt verlassen wir. Und das können wir auch in der heutigen globalisierten Welt nicht ersetzen durch irgendetwas anderes. Aber ich bin da jetzt nicht selbst so ein Melancholiker, denn ich meine, dieser Verlust ist auch natürlich. Wir ziehen immer größere Kreise um unsere Geburt. Und das ist das, was wir eigentlich unsere individuelle Entwicklung nennen. Die ist das Gegenteil zur Heimat. Das muss man auch wissen. Trotzdem ist die Erinnerung etwas, was eine starke emotionale Kraft in uns auslöst. Ich denke, ohne diese Erinnerung wären wir vielleicht nicht stabil genug, um die Herausforderungen der Welt zu ertragen. Also da ist immer ein Stück der Seele in unserer Erinnerung enthalten. Und dafür erzähle ich auch meine Geschichten. Denn man kann das nicht abstrakt vermitteln. Das kann man nur durch das Erzählen von Geschichten weiterreichen. Also ich würde, ich muss eins sagen an dieser Stelle, meine Darsteller haben den Film noch nicht gesehen und sehen ihn in einer Stunde zum ersten Mal in ihrem Leben. Und das ist ein großer Moment für Antonia, für Maximilian, für Jan und auch die anderen, die hier anwesend sind. Es ist ein großer Moment. Zu Ihrer Frage, wir haben ein großes Casting veranstaltet, wie das üblich ist, ein Film. Aber warum nun ausgerechnet diese wunderbaren jungen Leute diese Rolle bekommen haben, hat nichts mit dem System zu tun. Es war immer Zufall und Glück. Wir haben 800 Bewerber gesehen für die Hauptrolle. Und als wir sagten, wir haben niemanden gefunden, kam Jan um die Ecke per Zufall. Jan ist Medizinstudent. Er ist gar kein Schauspieler. Er wollte Schauspieler werden, aber er studiert Medizin. Und ich kann Ihnen erzählen, vor zwei Tagen hat er sein Examen an der Universität in Mainz bestanden. Das ist sehr wichtig für Sie. Ja, diese Frage habe ich noch erwartet. Nee, also, mir fehlt einfach noch so, dass der Film, ich muss ihn noch erst sehen, ich habe das Ergebnis noch gar nicht gesehen. Und das halbe Jahr letztes Jahr, dieser Dreh, das ist eine komplett andere Welt als die Universität. Also, der Alltag eines Medizinstudenten sieht meistens so aus, dass er in irgendwelchen Vorlesungen sitzt und lernt und Gruppen hat. Und der Filmalltag sieht auch nicht so aus, dass jeder Tag anders ist, jeder Tag eine Überraschung. Und ja, das sind so zwei komplett verschiedene Welten, die ich beide hingelernt habe, dass ich einfach noch nicht weiß, zu welcher Welt ich gehöre. Aber in den letzten sechs Wochen habe ich mich jetzt nur für das Physikum vorbereitet, für das Staatsexamen. Und wenn man so langsam die Zusammenhänge in der Medizin versteht, dann macht es auch Spaß, das zu lernen und das Neues erfahren. Und ja, also, wie sie merken, ich bin auch in der Schwäbe, aber ich kann mal erzählen, wie das Ergebnis ist. Also, die Zusammenarbeit mit Edgar Reitz war, ich bin ja noch jung, ich habe ja noch nie eigentlich mit einem anderen Filmschüsseur zusammengearbeitet. Aber ich glaube, so etwas wird mir nie wieder passieren. Es war so eine tolle und ja, einfach schöne Zeit und auch mit Edgar zusammenzuarbeiten war etwas ganz, ganz Besonderes. Weil Edgar Reitz die Möglichkeit hat bei mir, er erzählt eine Geschichte, wie so ein, ich weiß nicht, wie so ein kleines Korb, setzt es in den Kopf. Und auf einmal fängt meine Fantasie als Schauspieler total an zu blühen. Und ich verstehe sofort, was er meint und es entwickelt sich etwas. Und das habe ich immer total genossen bei der Arbeit mit Edgar Reitz. Und ich glaube, wir alle, von diesen Geschichten so angesteckt zu werden und sofort zu wissen, was gemeint ist und dass sich so ein Kosmos erschließt. Das fand ich immer beeindruckend und habe mich bei der Arbeit so begleitet. Ja, dass er auch einem die Verantwortung übergibt, dass man jetzt diese Rolle hat und für die ist man auch besetzt worden. Und für die muss man sozusagen, auf die muss man aufpassen. Und da muss man gut umgehen und das Beste jeden Drehtag daraus machen. Also das ist alles, was man damit kann. Und es gab dann so Momente, dass man kurz bevor es dann sozusagen der Take kam, hat er dann noch eine ganz andere Geschichte erzählt, die überhaupt nichts damit zu tun hatte, gerade mit der Szene. Und man hat so gedacht, warum erzählt er das jetzt? Und dann hat man währenddessen gemerkt, als man sie dann gespielt hat, ah, okay, irgendwas ist hängen gewesen. Das ist so ganz, ganz, ja, vertrauband irgendwie die Arbeit gewesen. Dass man, ja, so ein Zusammenspiel eben von Regie und Schauspiel, was es wirklich, also für mich selten bis jetzt gab, dass es sich wirklich so, so, ja, zusammenkommt. Und so ein Geben und Nehmen ist, das war einzigartig.